Oh hier ist Verbandskasten, Fussel. Hier im Zug. Hier. So, wer braucht, wer braucht, wer braucht. Ich kann nur einen nehmen, glaube ich. Ja, jeder kann sich einen nehmen, jeder kann sich dann schnell selber. So, wer will denn geheilt werden? Ich nicht. Ich bin, ich bin bereit. Mir wird angezeigt, ich kann Sascha und heilen. Ich kann Niklas heilen. Komm, Gegner. Wo? Die Antwort ist von überall. Bruder kann ich nicht. Achtung, da ist ein fetter. Der ist tot. Fett. Der im Zug. Doch nicht. Der ist noch. Der ist genau hier vorne im Zug. Gorilla läuft doch nicht hier rein, wo die Zombies reinkommen, Mensch. Ich sehe den nicht, den dicken. Der ist doch schon tot. Okay, wir müssen hier hin. Ja, ich bin hinter dir. Okay. Ich öffne. Irgendwas aufheben. Ich deck ab. Hier ist noch eine Kiste, die geöffnet wird. Da sind verschiedene Waffen, Scharfschützengewehr. Oh ja, ich nehme Scharfschützengewehr. Okay. So, was passiert, wenn die Armut grunzt? Die Armut grunzt. Die Armut ist sicher. Wir gehen weiter. War da noch was zum mitnehmen? Ja, da liegen noch Waffen. Da hinten noch Waffen. Ja, hier hinten sind Zombies. Ich dachte, ihr wart hier hinten schon. Okay, hier ist eine Vorratsgäste, wenn ihr was braucht. Ja, das ist unsere Mission, die müssen wir mitnehmen. Ja, ich kann die aber nicht aufnehmen. Ist doch schon oft. Hat Wurzel gemacht. Wurzel. Alles muss man hier folgen. Warum kann ich meine Waffe nicht nachladen? So. Ich muss sie irgendwo hinbringen. Ich weiß noch nicht wohin. Hier liegen noch Waffen, hier ist noch Munition. So. Dann geht's hier rein. Seid ihr bereit? Naja, mach auf. Oh ja. So. Ist ein Läufiger? ja auch immer noch anders kann auch eine nehmen so eine aufbewahrungsbox und vorratbox ich kann die nicht aufnehmen kann ja dann kann okay dann kann man nur eine pro gruppe dann bringe ich ihn mal eben weg auch immer wohin muss nie bringen hier abgeben ok hast du deine auch schon hingelegt gerade eben gerade okay ich habe noch die andere deck mich ordentlich mit stammbrückweg es kommt zum wies ist kommt zum wies ich habe sie noch gehört treppe 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 weil bahnzug achtung ja auch von hinten von hinten wir sagen zum vergasser es sind solche zum wies genau die sind in so einem wie nennt man das so ein anzug ja genau kälte gescheiße hat hier irgendwo ein großer zombie wenn sie gut aussehen als bin ich hier ist seid ihr bei mir ja 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 nur einer tasche niklas fehlt überraschung mit ich komme ich komme ich komme jetzt noch zwei boxen also eine ich in einem noch jemand anders ich bin hier immer eine vorratskiste aber sehr gut und runter damit springe hier runter geht schneller ich habe hinten auf der anderen ebene noch was gesehen naja aber sind damit durch stadt was mich raten jetzt kommt ja das könnte man so sagen dass jetzt zombies kommen was war das jetzt alter cut 10 son of a bitch was mit mir oh nix 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 sieg was und wie war die erste runde was sagt er ich bin gestorben also von mir aus können wir die schwerste schwierigkeitsstufe jetzt probieren am arsch ja niklas wollte das jetzt alleine machen und uns mal zeigen wie das geht ja 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 klar klar warum bin ich nicht platz eins weiß ich nicht wo gibt's hier überhaupt einen platz ja siehst du doch gerade vernichtungsexperte gorilla oh überlebenskünstler am wenigsten schaden erlitten fusselküchen war aber tot ganz komisch sagt er wo er einmal gestorben ist ja ganz komische statistik aktueller level arzt habe ich überhaupt irgendwas gemacht nö ne ich hab drei ep dazu bekommen 10 ep bei einer person ich soll eine triage durchführen das ist ja interessant eine triage ja das ist weißt du was das ist naja was wirst du mir jetzt bestimmt sagen nur wenn du was sie vier locken nach der legung fünf sekunden lang zombies an ort das ist doch hilfreich kauf mir mal das sind eigentlich sonst meine wofür zum prinzipien also von mir aus kann es auch schon fast weitergehen wenn ihr lust habt ich hab schon auf breit geklickt ähm moment die gorilla schon level 3 ist weißt du unglaublich ja ne unverschließend was ich immer ganz schnell wohin ich komme gleich wieder was ist der geht einfach ich weiß es nicht wie wir also du bist auch gerade ganz gut klar gekommen hatte ich das gefühl ne also es ja ich als alter militarist na und ich fand auch die 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 kommandos die waren alle ganz okay so dass man zumindest halbwegs wusste da kommen zombies reicht ja auch reicht ja ich finde hier der tantum der hat sich ein bisschen arg wenig beteiligt ist mir auf den schussfeld gerannt und so ganz widerlicher typ den soll man nicht mehr mitnehmen der tantum der der komische der vierte mann hier gerade ist ja irgendwie so ich hätte es nur was schulds nicht dabei ist das mit schulds hier war schulds nicht dabei ist müssen wir mit dem komischen mpc spielen ja ja danke jules vielen dank weißer super weißer und habe ich scheiße gerade noch mal wieder licht privaten leben nein dass das hat führst du so ich weiß auch immer der gleiche scheiß man öffne die tunneltüren große wartungstüren blockieren die route des zugs gen norden die kollegen des fahrers auf der anderen seite sollten da sein um die tür zu öffnen aber es herrscht funktille so bleibt nur aus dem zug auszusteigen und zu fuß weiter zu gehen wer macht denn so einen schwachsinn wieso können wir uns kein taxi rufen eben mit uber wofür gibt es denn uber wir fahren auch über wer baut denn solche schrägern in die uber der schrägern in die uhr die tor mensch macht man nur der freu kann man sich auch nicht mehr verlassen finde den zukünftiger hallo da müssen wir das machen ich weiß auch nicht bei mir auch gerade schon mal hier ist das reingefunden ja super seid alle bereit ich habe ja ich habe kaum noch was und wo sind ja meine ganzen waffen geblieben ich habe auch ich habe auch neue waffen also nicht die von garen schienpistole als er ist aber ein zombie troll ich finde es ist der troll daher kein problem ja der doppelläufige schrumpflinz naja sneaky ist was anderes der fette gorilla steht wieder vor mir weißt du hat es ja nichts machen ja aber dann kann man sich immer schön um die gegner hier kümmern oder kommen aber ich verhandlung tschüss bist du tot hat auch von ihnen von ihnen ich muss mich desinfizieren von hinten nachladen 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 so von hinten kommt wieder eine horde dabei könnte man durch um hinten ja desinfizieren halt die kappen aktiviere zwei schalter da ist einmal ein schalter ich aktiviere ich aktiviere den anderen haben wir irgendwo munition ich will auch mal gucken hier ist nix in dem raum auch mal ein zombie der kettenzeige diesen durchgang geschehen lager zu geben ich habe hier entscheidet ich natürlich noch nicht drücke hier ist eine verschlossene tür alles klar dass keine sprengladung ich gehe mal einen höher jetzt gucken wir mal hier was findet hier oben finde ich nix hier sind was drin ja aktiviere die schalter und öffne das tor kann ich nicht sehen sieht aus wie die ketten säge da steht halt sich bereit es kommen wohl zombies leute bereithalten ich bin bereit hier ist interagieren sollte mit interagieren war ein brasil wo bist du hinter dir okay irgendwas ist da geworden ja ich habe hier mich um den dicken gekümmert weiß der er kommt er dann ist hier ist er nicht nachladen warum kann ich immer nie nachladen also auch pass auf pass auf pass auf hinter dir ist weg kommen da welche da kommen da welche treppe hoch so rutschen gehirn runter manche emotionen mehr ich auch nicht wir müssen irgendwas finden für munition ist irgendwas zum aufheben aber was weil das sich aufheben ich habe keine munition da unten war dann auch so ein bereich habt ihr den schon komplett gefehlst genau kommen wir nicht mehr zurück ist zu ist wenn der link kann ich für so dann aber im pech gehabt dann gibt es jetzt keine munition mehr da drüben sieht es aus die munition ja es ist jetzt hier schon sportlich was wir jetzt hier machen na von meiner seite passt alles ich habe ja alles im griff und also noch nicht interagieren brauchen erstmal war du sauf ich komme ich drum alter jungen 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 der wollte sich aber mal ordentlich angrabs schnell munition 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 was ist geil wie kann ich denn so diesen hier ja mal ein bisschen rücken frei gehalten sehr gut hier ist munition und alles nicht hier unten drin hier ist auch ein klassisches kampfgewehr noch und automatisch rotflinte wenn jemand möchte hier oben ist ausrüstungsgegenstände hier oben ist ein automatisches geschützt zur verteidigung sehr gut ich habe unten auch schon aufgestellt ich weiß nicht wo sich hinstellen soll hier unten ist noch ein platz glaube ich plätze gibt es genug die frage ist äh wo soll es hin das ist jetzt die frage meine lieben wo hast du das denn hingestellt niklas hier richtig ok dann gehe ich auf die andere seite ja sehr gut sehr gut die frage ist ich weiß nur von wo werden die kommen wahrscheinlich von überall meinst du so detailliert ja ja so wird es ungefähr ablaufen von links rechts oben unten vorne hinten besonders von hinten ist ja alles überlaufen seid ihr bereit nein habt ihr alle eure munition aufgefrischt wo sind dickes ding in der hand wollte ich nur sagen die opposition zu dem genau zu der maschinengewehr sei bereit ja es wird getippert aktiviere das bedienfeld für die tür ich komme aus wir kommen von ein paar von oben ok ja da kommen ein paar aber nicht so weit jetzt kommen die von vorne ne ich warte mit dem maschinengewehr für die horde noch sind es nicht ganz so viele herzlichen grenzen sind höchstens zehn millionen so leute ja ich kann hier schon wegpacken geworfen sehr gut er schaut mal jemand dass sie nicht von oben kommen also von hinten das kommen neue horden werft auch mal eure splittergranaten ja bitte mit der ganz normal mit der dingstaste ja genau was ist die mittlere fängt euch doch alter habt ihr auf der mittleren nix zum werfen ich komme mit maschinengewehr nicht alles verbraucht ich habe noch nie eine geworfen ich gehe mal kurz rein zum nachladen ist der behindert der typ war es das naja da rollen wir wieder rein stop ich sache gull zu ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich kann keine weitere Waffe nehmen. Du kannst erst mal nur 2 nehmen, ne? Das ist ja leider so. Aber ich hatte doch vorhin auch schon 3. 4. Hey, 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 hey. Ah, was? Ich hab den Weg gefunden. Sie sind jetzt da hochgekommen. Ja, ihr müsst da die Treppe hoch und dann einfach hier oben hin. Ah, ja, ja. Ah, guck mal, hier gibt's auch noch mal eins. Hier ist immer noch ein Fehler. Kettensäge nehm ich mal mit. Kann ich... Hier ist noch ne... Hat jemand Sprengstoff? Nein. Ja, ja, ja. Ich glaub schon. Ja, ja, ja. Ich bin hinter dir. Geh mal zurück, geh mal zurück. Wir müssen hier irgendwas aufbauen, ne? Da nehm ich mal mit. Ja, was muss ich hier aufbauen? Ist noch ne Waffe drin? Geile Waffe! Ein MGL schwer, wenn einem das was sagt. Ja. Also MGL ist mega geil, ne? Wer will. Niemand... Okay. Ich hab noch ne Kettensäge hier jetzt, ne? Hier liegt ne Kettensäge, wer will. Naja. Da... Ich finde einen Weg zur anderen Seite, hier muss irgendwas aufgebaut werden. Ich weiß aber nicht, was? Ich hab nichts. Ich wüsste nicht, was ich... Ich hab nichts. Ich wüsste nicht, was ich... Ah. Hm. Muss ich immer beim Durchlaufen. Ui. Bitte sehr. Danke. Hm. Terschauen hilft uns auch ganz gut, wie ich finde. Für ne NPC, ja. Aber wo kommen die plötzlich immer her, wenn wir das schon gesichert haben? Das verstehe ich immer nicht. Ja, es gibt immer hier und da ein paar Löcher, wo die rauskriechen. Hier wär noch Ausrüstung drauf. 4. Automatische Schrotflinte ist hier. Wer möchte. Megagell natürlich. Ach du nicht. Ach du. Ich hätte gerne einen Zombie-Fuß. Kann ich denn haben? Ja. Das Lüftungssystem. Und da seid ihr das Gas. Okay. Was ist denn Gas? Das Gas, wo hier überall rumschwiegt? Vielleicht. Ich drück mal. Okay, zwei noch. Ja. Ja. Aber nur bei einem Platz. Da hinten habe ich nicht viel gesehen. Da hinten habe ich nicht viel gesehen. Hä? Die Zombie ist einfach despawned. Da hattest übrigens jemanden hinter dir. Ich? Nein, Niklas. Also, danke. Vorsicht! Hier ist Munition auffüllen. Vorsicht, geht er weg. Immer schön aufpassen. Achtung lassen Vetter. Ja, ich komm. Vetter ist tot. Okay. Wie sieht's da unten aus? Ah, ich zieh die Bombe. Kann man Munition nachfüllen, Leute? Also, unten ist alles grün jetzt? Dann fliegt die Bombe. Jetzt verlasse ich mal eine schöne Position hier um. Hier sind Zombies. Jetzt nicht mehr. Immer mal gucken, ob man irgendwo was finden kann, na? Damit wir uns wieder nochmal neue Waffen nehmen können oder was auch immer. Okay, ich habe hier einen Typen, der hat keinen Schlüssel. Wir müssen hier einen Schlüssel finden. Ich habe ihn. Du hast einen Schlüssel? Ja, ein Zombie. Okay. Ich habe den Schlüssel. Ne, du hast keinen Schlüssel. Wo muss ich hin? Du hast den Schlüssel nicht. Ne, ich habe da irgendwas gesucht. Ja, habe ich auch, aber das ist wie immer der letzte von den drei. Und das wird so einfach. Das ist der Klammwerfer. Ja, nimm mit. Hoffentlich bringt er eher was und nicht so wie bei... New Dawn. Wo man einfach alles abfackelt aus sich selber und alles, was... Alles, was irgendwie existiert. Vorsicht, da kommt ein Zombie zu dir, Niklas. Ich habe, ich habe, ich habe. Okay, ich habe den Schlüssel. Also hier ist ein Granatwerfer. Ich habe schon einen Granatwerfer. Okay, gut. Der ist ein bisschen schwer, finde ich. Wer? Der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer. Hm. Na, glaube ich. Findest du. So. Machst du? Oder machst du? Du bist schon dabei. Mach ich mal. So. Zweites Lüftungssystem. Wo kommen die Gegner? Nioh. Äh, okay. Ja, okay. Alles klar. Ja. Ja, gut. Ein grüner Schleim. Ne, ich bin nachgekommen. Sorry. Warte mal, ich muss mal eben eine neue Waffe holen, weil ich meine Primärwaffe... Weil ich muss weg. Ich weiß, wo mein Maschinengewehr gelandet ist. Hier wäre auch noch mal Ausrüstungsmaterial, wenn es jemand braucht. Na, ich hab noch. Boah, wisst ihr welche ich hasse? Die, die einen anspringen. Bist du? Ja. Ne, die springen mich da nicht an. Ich springe ich an und kriege ich mal Ärger. Zurecht. Toll, wir müssen das wieder ein Schlüssel finden. Ne, gut. Vorsicht! Natürlich. Ne, gut. Ich geh mal nach unten, schau noch ein Schlüssel. Ist hier oben auf der Etage alles schon gelohntet? Ja. Ich guck gerade mal. Boah. Belegten Verbandskasten, falls einer, äh, einer nicht benutzt hat. Leider schon benutzt hat. Was ein Uhrenbängel, was war das denn, Alter? Lade nach. Boah, da war ein harter. Ich hab, ich hab mal direkt noch, knockdown gemacht. Okay, okay, okay. Sehr gut. Wie schlägt man denn? Was machst du da, Fussel? Du stehst ja die ganze Zeit in der Ecke. Ach, du musst Zeug. Ich schieße von hinten alle ab. Und außerdem habe ich eine Frage gestellt. Ich wäre froh, wenn ich mal eine Antwort kriege und nicht irgendwelche Kommentare. Wie schlägt man denn? Was hast du denn gefragt? Was hast du denn gefragt? Mit F. Ich hab keine, mit F. Ah. Wie, Fussel zu wissen? Wie, Fussel. Wie, Fussel. Hat jemand hier eine Sprenglade? Hat jemand hier eine Sprenglade? Hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn. Okay. Aber ich muss ja raus aus dem Zumpf. Ah, ja. Ich aktiviere. Ja, bitte. Ah, ich muss noch mal, ah. 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 Hey, ich hab aktiviert. Und was ist es jetzt? Jetzt ist der ganze Schleim unten weg. Da unten kann man auf jeden Fall looten, hab ich gesehen. Da unten ist mega viel zum looten. Ich bin nochmal hochgelaufen, um Musik, ähm, um Munition aufzuladen. Ich bin nochmal hochgegangen. Jojo. Hier unten ist mega viel. Okay. C4 und so. Ähm, die Dinger und hier sind nochmal Waffen. Vorsicht, weil ich jetzt noch lese. Ja, das sind schon ein paar. Ups. Wir haben noch. Vorsicht, ne Maschine. Uhhh. Uhhh. Mein Gott. Ich bin auch ausgeweht. Der ist noch nicht tot, oder? Uhhh. 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 Okay, doch der ist tot. Boah, manometer, ey. Uhhh. 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 Mano, 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 manometer. Oh, irgendjemand Leilung? Moment. Uhhh. 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 Auf der einen Ebene höher war noch eine Tür, die hätte eine Sprengladung bedurft. Ja, ja, ja. Wollen wir da hoch, oder wollen wir einfach weiter und dann nehme ich die für was anderes, wenn noch was kommt. Weil jetzt an sich habe ich alles. Dann anscheinlich. Okay. 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 Okay.